Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verstecken. Wie ihr seht heute in World of Warcraft. Und mit dabei sind natürlich Peter Sachs aka Jay. Hallo. Dann hätten wir hier Flammenwächterin Schöne Haare, das ist Peter. Jop. Versteckeros ist Bram. Und Gülüm ist Sepp. Servus. So, und die haben gleich 15 Minuten Zeit, beziehungsweise eine Minute Zeit. Ich bin so unfassbar geflasht von den Animationen, ich spiele ja wieder geclassiert. Aber dass der die Karte aufmacht und so ein Shit, das kenne ich alles nicht. Die Jungs werden sich hier im Magierviertel gleich verstecken. Haben eine Minute Zeit wegzurennen, dann habe ich 15 Minuten Zeit zum Suchen. 3, 2, 1, los. Wo kann man sich so in WoW eigentlich verstecken? Ist ja eine gute Frage. Mal gucken, ob man überhaupt alles bis zum Magierviertel gehört, das weiß ich gar nicht mehr. Ich lauf einfach so weit wie möglich weg. Allianz ist ja eh Schmutz. Das sehe ich anders. Die Horde ist Schmutz. Keine Ahnung. Die Horde müsste... Die Horde müsste... Ich sage einfach, beides ist Dreck. Die Horde müsste froh sein, dass noch Leute gibt, die Allianz spielen. Echt? Ja stimmt, damit man noch Opfer hat. Ähm, ja ne, aber beispielsweise wenn halt, also auf einigen Säubern gibt es mittlerweile so über 90% Horde und wenn du dann zum Beispiel so ein Alteraktal und so machen willst, wartest du halt einfach mal eine geschmeidige Dreiviertelstunde. Ja, ein guter Grund, keine Horde zu spielen. Alter, wo kann man denn hier überall hin? Hm. Wie lange haben wir noch? Hm? Wie lange haben wir noch? Oh, warte mal eine Zeit, läuft schon. 14 Minuten 59 habe ich nur noch. Dein Ernst! Was ist das denn? Ja, ich komme, ne? Ja, 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alter, da ist Bolero. Ne, das hieß Solero. Solero. Das sieht so viel besser aus als Classic. Das ist echt krass. Aber so, alles ist viel kleiner. Die Menüs sehen anders aus. So, wer ist denn hier bei Tanusa? Wer ist denn hier so ein Kräuterkunde, Spacken? Wir haben natürlich keine Nachtelfen genommen, die könnten sich unsichtbar machen, das wäre ganz schön frei. Man durfte irgendwo rein, ne? Solange es noch in dem Gebiet ist. Das ist doch eine doofe Frage, ne? Ja. Solange oben rechts das Magierviertel steht, bist du richtig. Ne, ist nicht mehr. Hä, Sepp, was machst du in der Burg Sturmwind? Keine Ahnung. Sepp, am Hafen? Wie bin ich da hingekommen? Also, Jungs, hier darf ich nicht hin, oder? Wer da oben rechts nicht Magierviertel steht, dann bist du da falsch. Ja, aber ihr habt gesagt, du darfst aber oben rechts das Magierviertel, wenn ich da noch richtig... Du darfst auch überall reingehen, sodann da ein Magierviertel umrecht steht. Weil man aber auch sagen muss, sobald ich... Es steht bei mir auch Sturmwind oben. Ich wollte gerade sagen, sobald ich vor einem Brauhaus stehe, steht da Sturmwind. Ja, aber das wirst du ja wohl sehen, ob das Ding im Magierviertel ist oder nicht. Ja, da war ich. Also, das kann ja nicht so schwierig sein. Ja, gut. Wie mach ich hier hin? Alter, hier ist Joachim. Wenn oben rechts das Magierviertel steht, bist du auf jeden Fall safe. Hier war immer diese Kackfest mit den Geistern. Oh mein Gott. Joachim, schnell? Du bist aber nicht der, der es geschafft hat, nicht auf Dunmorok seinen Charakter zu erstellen. Ja, also von daher ist das... Joachim, brennlos. Weißt du, war ich da oben schon? Voll gut, dass ich euch auf der Map sehe. Hat einer von euch Christian schon gesehen? Nee. Hast du das gesehen, das Save, was ich geschickt habe in den Chat? Oder ist das zu weit weg, Christian? Oh, das ist nur für in der Nähe dann. Ja, wenn du malst, Save ist nur in der Nähe. Wenn du schreist, hörst du es weiter. Ja. Du kannst aber auch, ähm, du kannst auch Gesten machen. Du kannst auch Witze erzählen, dann sieht man halt auch. Aber ich glaube auch nur, wenn du nachher... Ich kann nicht schreien, weil ich einen Starter-Account habe. Echt? Dann geht das nicht? Damit du nicht so einen Marktschreier tun hast. Ja, und dann musst du nicht direkt alles voll spams. Ja, damit du nicht spammen kannst. Oh, Versteckerus, wo bist du, Chris? Alter, hier sind Koboldi, hier war ich noch nie drin. Alter, Emma ist gerade richtig schnell gerannt, muss man sagen. Oh, ist der bei dir? Ja, ist schon ein bisschen her. Ah, okay. Also, keine Ahnung. Also, eigentlich da, wo ich war, da hätte ich noch reingehen können. Das ist voll doof. Kann das eigentlich sein, dass wir infanziert werden? Ja, aber guck mal, also, Alter, die Wache ist gerade hier die Brücke runtergefallen. What the fuck? Jo, habe ich auch gesehen. Es springt ja einfach die Brücke da runter, dieses Stein-Ding. Das hätte ich ja nie gedacht. Guck mal, Leute, ne, wenn ihr auf der Karte guckt. Da links vom Magievittel, das ist ja auch noch lila. Dürfen wir eigentlich Third Person machen als Verstecker? Ja, habe ich jetzt bis gerade immer gemacht, aber, ja. Warum nicht? Wäre jetzt nicht explizit gesagt, würde ich nicht dürfen. Wenn ihr beim Magievittel unten links den Zipfel, der da rausgeht, unten, ist das noch drin? Easy Fehler. Easy Fehler. Also, kann man... Gerade ist die Wache einfach hier runtergesprungen. Hier von der Brücke? Ja, einfach hier runter. Genau da. Lol. Ist Christian eigentlich? Der stand gerade, äh, legit, anderthalb Millimeter vor mir weg. Glaub nicht da, wo wir sind. Oh, lol, ich habe da wen nacktes gerade laufen sehen. Glaube ich. Oh nein, du kannst ja noch in so einen Kellerbereich. Ja, wer ist das? Da, Klammwächterin, schöne Haare. Ja, ich bin hier. Ja, Christian, in den Kellerbereich, da bin ich reingegangen, aber da bin ich rausgegangen, weil da stand dann irgendwas anderes, dass du wo bist. Das war auch voll riesig. Ja, genau, der Keller ist nämlich echt groß. Ja, deshalb bin ich da wieder rausgegangen, weil ich dachte, das wäre nur so ein kleiner Keller, aber dann geht das immer weiter und weiter und das... Hey, das ist der ganze Hexenmeisterkram. Ja, genau. Schöne Haare, gehen sie weg. Ich muss auch mit dir tanzen. Dan, mein Name ist Peter Sachs. Dan, Peter Sachs. Ich finde, ich habe mich gut versteckt. Grundsätzlich stimme ich dir zu. Da ist, da kommt wer Neues. Wer ist das da? Da war, glaube ich... Oh, warte, ich habe Anzen geschrieben. Warte mal, seid ihr in einem Mangelviertel, wenn man hier rausgeht? Ein paar Stecker raus, ja. Muss ich jetzt auch zu euch kommen, oder ist das... Nee, aber du stehst jetzt noch auf meiner Liste. Hier ist auf jeden Fall... Ja, dann komm mal her. Das heißt, hier ist der Nähe. Erst mal tanzen. Das ist echt blöd von uns. Wenn der jetzt hier vorbeikommt, hat er drei Dreck gefunden, du Lies. Hä, wieso denn? Also, Christian ist gerade eher so im Westen. Also, hier ist auf jeden Fall echt Party. Wie lange hast du noch, Christian? Christian schon bei mir war. 9 Minuten 30. Okay. Geht das? Weil er mich zum Glück nicht gesehen hat. Lol. Oh Gott! Ist gut, dass ihr mich seht, weil ich hatte schon Angst, dass es hier Instanzierung gibt. Nee, nee, alles gut. Oh Gott, oh Gott! Peter, jetzt kannst du aber langsam kommen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Christian ist ja schon weg. Ist auch weg. Er war gerade schon da. Ich war gerade in einer anderen Division. Ich wollte hinter das Portal mich verstecken. Das geht nicht. Oh. Wo war ich überhaupt gerade? Ich habe irgendwas entdeckt. Löl, davon ist erst mal Giam Malin. Kannst du da nicht nach Dalaran? Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich war irgendwo anders. Oh, der alte Penner. Das ist unser. Die Streitkräfte der Horde müssen sich nun erst einmal wieder sammeln. Ja, Peter, mal gucken, ob du mich findest. Christian hat mich schon nicht gefunden. Ja, lol, da ist Husan, Chris. Ich sehe ihn. Oh, guck mal, es geht Labdance. Ich sehe ihn. Okay, ich habe jetzt mit allen getanzt. Oh, Peter, wo ist er denn, Jay? Gerade im Magier-Turm. Wo ist denn der Magier-Turm? Ach, da, wo das blaue Ding auf der Map ist. Genau, da, wo das blaue Ding auf der Map ist. Peter, ich habe mich gerade verliebt in dich. Du bist so nackig. Oh nein, komm mir nicht hinterher. Er kann zwei auf einmal finden. Jetzt ist es um mich geschehen. Ich muss noch mehr deine Brüste anschauen. Oh, da kann man nicht hin. Wo ist er hin? Ich weiß, wo er hin ist. Da würde ich nicht hingehen. Da würde ich nicht hingehen, Versteckerus. Versteckerus, da würde ich aber ganz schnell weg. Da würde ich aber ganz schnell los, da wo du bist. Okay, ich sage nichts. Warum? Emma ist süß. Emma ist süß? Hast du Emma nicht gesehen? Nee, meine Kamera wabbelt hier so ein bisschen ab. Als ob es dir wirklich Emma gibt. Aber ich sehe dich, Peter. Er ist doch mit Emma da unterwegs. Keine Ahnung. Nein, hier. Micky Schäfer hat gerade gesagt. Emma. Ah, sie habe ich gefunden. Emma, wo war ich? Oh, was? Endlich ein. Mutzbuckel, ey. Das war echt krass. Wo ist er denn hin? Er hat auch nicht. Moment, wenn er Zip gefunden hat, dann muss er ja da vorne irgendwo sein. Ja, ja. Selbst das Magierviertel ist größer geworden mit den Irren. Warte, ist das hier eine Sackgasse? Wie ist das eine Sackgasse? Wtf? Wer hat sich das denn einfallen lassen? Er ist nicht gut geplant. Oh, ich weiß, wo du bist. Glaub ich mit der Sackgasse. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so unsichtbar im Busch bin. Wtf? Krass, Christian ist einfach durch, nicht durchgelaufen. Wait, what? Was? Ja. Also, ihr hattet auf jeden Fall Kontakt. Ja, definitiv. Also, ich glaube, er hat deinen Nippel gestriffen. Nicht viel weniger. Oh, die schöne Haare ist an mir vorbeigelaufen. Ne, hä, wo ist sie? Ach, müsste sie das woanders, äh. Ich stelle mich mal zum Magiaturm. Hallo, Bram. Hey. Oh, oder? Nein, ich sehe auch Gölum. Hey, wo seid denn die auf der Map? Seid ihr alle voll nah, aber ich sehe euch nicht. Nee, ist gerade ein Licht aufgegangen. Ja. Wie lange hast du noch, Christian? Äh, 5,5 Minuten. Also, wenn Christian mir vorbeigelaufen ist, ist ich keinmal mehr versteckt gewesen in so einem Ding oder so, sondern ich laufe immer die ganze Zeit durch die Gegend. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Ja, das ist halt schon groß. Muss man wirklich sagen. Das macht es halt dann noch schwieriger, wenn du durch die Gegend läufst, ne? Oh, Leute. Oh. Oh. Okay, hören wir lassen. Nein, das ist krass. Dann setz dich nicht mal hier zu deinen Hundis. Komm mal, Herr Rufus. Wieso zeige ich euch eigentlich auf Versteckeros Thry? Ich dachte, wir sind auf Jürgen Muroc. Ah, ihr winkt Husan, Chris, zu. Jetzt bin ich weg. Das habe ich nicht gesehen. Ach, komm, bei mir im Chat steht ihr winkt Husan, Chris, zu so einem Schmutz. Bei mir steht ihr zeigt auf Versteckeros Thry. Ja, das steht bei mir auch. Ach, komm, ey. Da steht einfach gar nichts. Ach, Peter. Ja. Peter, ey. Alter, wie die Portale aussehen. What the shit. Ja, ich habe mich versucht, dahinter zu verstecken. Hat nicht funktioniert. Nee, das geht nicht. Und Jerry, ich fand das aber gut, wo du gerade warst. Das war schon... Ich habe noch besser das Versteck gefunden. Nee, das war schon... Das war schon 11 von 10 war das. Und Christian hat dich auch theoretisch gesehen auf seinem Bildschirm. Das glaube ich auch. Das ist alles so klein in diesem Spiel. Ja, auch das Interface und so, das ist alles voll günstig. Aber das kannst du ja größer zoomen, glaube ich. Ja, habe ich aber nicht gefunden. Habe ich auch nicht gefunden. Oh Gott. Steuerung, Alter. Also Adventure Map ist schon schwierig in diesem Spiel. Okay, es klappt nicht. Ja, Peter fehlt noch. Jay fehlt noch. Ja, jetzt hast du sogar nur noch zwei zu finden. Okay. In diesem Apfelbaum. Ja! Konfektionsgeschäft. Jay macht Pinscher Map. So. Nice. Hast du noch eine Emma? Nee, was ist das denn für ein Hund? Wo ist Peter denn jetzt hin? Why? Schatten. So, Frau Schönehaare ist über mir. Über dir? Dann bin ich sogar mir. Wie bist du denn? Konfektionsgeschäft. Im Konfektionsgeschäft bist du? Ich bin bei Duncan's Textilie. Oh Mann, ich vermisse meine schönen Haare. Konnte man nicht früher auf die einzelnen Distrikte klicken, um quasi noch größere Infos auf der Map zu bekommen? Christian weiß jetzt hundertprozentig, wo ich bin. Ja, aber das ist nicht so hochauflösend, sag ich jetzt mal. Ja doch, das ist schon so... Nee, das wird doch nicht besser. Das ist ja schon ein Fortschritt, Peter. Ansonsten hast du ja nur die... Hä, wie soll tanzen denn... Alter, Bull Smith ist gerade mal richtig geil leer gestiegen, der alte Nachtelf-Kollege. So, hier, pass auf. Witz. Meine gute Idee. Alter, was ist das denn für ein schlechter Witz gewesen? Manchmal fällt es mir schwer, die Lautstärke meiner Stimme zu regeln. Alter, die packt voll an ihren geilen Arsch. Oh. In der Retten wird so zählt. Ja, in meinen geilen Arsch. Was, Peter? Hast du meinen Witz gehört, Christian? Ja, der war richtig... Ich habe niemanden, der über meine Nägel lacht. Was ist das für ein Witz? Frauen, also... So wie sich Blizzard-Entwickler Frauen vorstellen. Oh, wer ist das denn? Hallo, Tulpa. Hallo, Norimus. Geht ab. Schäfer beim Schneider hat er gesagt, frisch in der Schneider-Long. Feist jetzt alles für. Alter, das ist echt krass. Ich kriege keine Aufmerksamkeit. Du kannst dich ja hinter jedem Schrott verstecken hier, ne? Vor allem, wenn du nackt bist, siehst du halt, du hast halt eins zu eins die Farbe von Holz oder so. Ja. Ich habe mich auch getan. Peter in dem Busch war auch krass. Ja, in dem Busch, Alter. What the fuck? Einfach nur. Ich habe dich aber auch nicht gesehen. Also nur, weil ich wusste, dass du daneben stehst. Wir rennen dir einfach her wie so Fangirls. Das ist gut. Ich habe einfach Folgen gedrückt. Oh, das geht? Wie geht das? Wenn du anklickst, rechtsklick oben auf sein Bild, Folgen. Oder in den Chat schreiben. Folgen. Yo. Nice. Alter, das ist ja ein mega entspanntes Spiel. Pass, ich konnte dich abschütteln durch die... Ne, geht nicht mehr. Dann haben die, glaube ich, verbessert. What the fuck? Richtig klug geworden. Ja, wo könnte ich... Da haben wir alle hintereinander stehen. Oh, Christian, schlüd uns ab. Pass auf. Warst du eigentlich Emma, ja? Das ist irgend so ein... Oh Gott! Ja. OJ, Haustier... Ich bin von meinem besten Versteck der Welt runtergefallen. Das ist aus diesen Haustierkämpfen. Das ist super viele Tiere. Die haben ja immer mal dieses Pokémon-Ding hier eingeführt. Ich glaube, mit Mist of Pandaria. Hast du mich echt nicht gesehen, Christian? Doch. Was? Hast du mich echt nicht gerade gesehen? Doch, hat er. Aber er wollte noch ein bisschen länger suchen. Okay. Ne, wo bist du denn? Ja, der kommt wieder her. Als ob du mich echt nicht gesehen hast. Nein, hat er nicht. Aber er hätte. What the fuck? Das ist voll das gute Versteck, sag ich doch, Jade. Wenn ich das auf der Karte nicht gesehen hätte, wäre ich auch lost gewesen. Ist die Zeit so jetzt um? Ja. Ja, dann bin ich am Spawn. Ein paar Meter weiter hier runter. Du bist gerade an der Kiste vorbeigelaufen. Du bist am Spawn. Ich kann nicht mehr winken. Warum kann ich nicht winken? Oh, ich will aber zu Frau Schöne Haare winken. Ach, du bist nicht mehr hier vorne. Das ist Christian. Ach, da ist er. Seh dich. Wo bist du denn? Er ist auf der Laterne hier oben drauf. Oh mein Gott. What the shit? Das ist halt krass. Nee, da habe ich dir überhaupt nicht nachgeguckt. Das ist so krass. Das ganze Jahr haben wir abgetanzt. What the fuck? Und er hat die ganze Zeit getanzt. Du bist hier hinten angelaufen. So hier. Du bist hier hinter der Kiste. Und dann ist er so, hä? Als ob du mich nicht gesehen hast. Fühst du mich da? Oh mein Gott. Hier zoomt die Kamera. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich die drauf hatte. Oh lol. Boah, das kann halt wirklich sein, dass du mich gar nicht drauf hattest. Weiß ich nicht. Ja, geil. Ja, tolles Versteck. Ja, gehe ich mal an die Wand, wa? Sag mal, also Christian, zieh dich mal aus. Sieg an die Sau. Dann läuft eure Zeit. In 3, 2, 1, jetzt. Kann man irgendwie schneller laufen? Nee, ne? Nee. Das ist wie O.W. Brauchst du Level 20. Also ungefähr 2 Minuten Spielzeit, dann hast du den Augen. Das stimmt. Wenn ihr wahrscheinlich 5 Hasen Tötet besuchtet habt. Welche Laterne suche ich mir denn jetzt aus zum Tanzen? Hey, what the fuck, Alter? Wieso kann ich den Wolf nicht wegschicken? 20 Sekunden sind um. Peter, sag mal, welche Laterne ich denn nehmen soll. Alter, ich weiß es leider nicht. Direkt eine neben dem Spawn, damit ich dich schnell finde. Sonne, Mond und... What? Über eine halbe Minute um. Da werde ich angerufen. Was ist hier los? Da sehe ich mich. Das ist ein gutes Versteck. Das ist ja nicht schlimm, Peter. Braucht ihr genauso lange, um hier hinzulaufen? Eine Viertel Minute noch. Nee, Moment. Ja, doch. Eine Viertel Minute noch. Acht Sekunden. Ach komm schon, als ob. Vier, drei, zwei, eins. Vorbei. Ich komme. Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Peter ist auf jeden Fall links abgebogen. Nee, ist er gar nicht. Alter. Ich habe da direkt noch jemanden gesehen. Nämlich Botschafterin. Irgendwas. Die hat mir nichts. Genau, Botschafterin. Ja, Yassira. Die sehe ich auch. Habe ich gesehen, meine. Ysera? Ja. Sag mir, wo bist du? Vielleicht kommst du doch nicht hoch. Nein. Warum denn nicht? Funktioniert alles nicht. Durfte man sich in Häusern verstecken? Ja. In Häusern, ja. Aber nicht, aber nicht in diese, auf der Karte unten links gibt es so einen Hexerei-Keller. Da darf es nicht rein. Ich weiß nicht, was der Hexerei-Keller ist. Auf der Karte. Da stehst du es okay, aber... Er geht halt richtig weit. Weil es mal runter ist. Ich gehe einfach nicht in diesen Haus. Oh, hallo! Ich weiß natürlich jetzt vom Timing her... Hallo Versteckeros! Was geht? Das war vom Timing her ja richtig bad. Scheiße. Das hört mir so cool. Du musst ja jetzt weggelaufen sein. Kann ich mich jetzt einmal dahin stellen, wo du gezählt hast? Und bleib da stehen. Nope. Ich war noch hier alles am Durchsuchen. Es gibt eine Gruppensynchronisierung, wo du die Quests mit synchronisierst. Wow. Christian, das ist die ganze Zeit voll happy. Ja. Deswegen ist WoW Classic... Oh Gott! Ich will Peter mich ja nie finden. Ich bin in irgendein Loch eingefallen. Oh, das geht? Ja! Oh, stimmt! In so einer Ecke. Hier gibt es ja auch so Brunnen und sowas, ne? Das findet ja mich ja nie. Ne, Brunnen war das nicht. Tatsächlich. Das Problem könnte bei mir halt echt mein Tier sein. Das könnte passieren. Weil das da einfach so rumsteht. Das steht einfach so rum. Also ich bin mega versteckt. Ich glaube, du würdest mich nicht finden. Ich weiß nicht, wo Peter ist gerade. Aber mein Tier könntest du ziemlich gut sehen, glaube ich. Also ich habe mich einfach als kleines Kind versteckt und laufe mit deiner Frau mit... Frau, komm mal hier runter. Achso, ich glaube, ich weiß, woher. Moment, 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 Moment. Bin mir nicht sicher, ob hier jemand ist. Aber ich habe da sowieso... Ich habe da so eine Tendenz, dass hier jemand sein könnte. Ich weiß nicht, was du meinst. Hast du einen Wolf gefunden, oder was? Warte, 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 warte. Okay, ich habe noch niemanden gesehen. Guck mal. Falls du den Wolf gesehen hast, ne? Der gibt dir einen Tipp. Ja. Okay, also bei mir hat sich ehrlich gesagt nichts geändert. Du stehst da hinterher. Der hinterher, wie heißt... Heißt du, mein Wolf heißt niemand hier. Hä, das hat... Bei mir habe ich das... Nein. Bei mir heißt der auch niemand hier. Ah, lol. Ja, die Namen werden mir ja nicht angezeigt. Da müsste ich den für anklicken. Achso. Ja, schade. Ja, okay. Das mit dem Wolf ist jetzt natürlich belastend für dich. Ja, gut, das ist doch egal. Wo ist eigentlich die Gesundheit des Ruhesteinsgesetzes? Ah, im Lord-Hand-Hand-Hand. Okay. Ich wette, du traust dich nicht, den Ruhestein zu benutzen auf 9,8 Sekunden. Und dann abzubrechen. Das ist korrekt. Zumindest jetzt noch nicht. High-Kling. High-Kling. Nein, hau. Alter, wenn ich so diesem Hintern folge. Peter, du hast ganz schön... Ja? Ich muss aber sagen, du hast ganz schön voluminöse Schenkel. Ja, ich bin gebärfreudig. Achso, nee, warte mal. Schenkel, nicht Hüfte. Okay, ja, sorry. Peter, da ist direkt hier meine Traumfrau. Warte mal. Peter, ich trug mal zwei. Was ist denn zwei? Als ob der das nicht sieht. Alter, schmier. Ich wick dir die ganze Zeit zu und hauch dir einen Kuss zu und so. Hörst du dein Magiertum rumläufst. Bei mir wird überhaupt nichts angezeigt. Ach, Gott, das war scheiße. Ich muss echt jälen können. Das kann ich nicht. Ey, Peter. Guck mal hier. Guck, klick mich mal an. Mein Titel. Also, ich hätte schon... Wie die Leute mittlerweile aussehen. Ui, ui, ui. Ach, Peterchen. Das hat nichts mehr viel mit den früheren Tagen zu tun, wa? Ne, aber es sieht geil aus. Werbt einen Freundes zurück. Alter, ich werde dir die ganze Zeit zugeballert. Aber ist hier irgendwie Valentine's Day? Seht, was ich für den Müll schreibe? Ne, sehe ich nicht. Auch Bram nicht? Ähm, Moment. Ne, Moment. Peter, die fliegen ja alle weg. Warum wir nicht? Das ist belastend hier im Allgemeinen-Shit. Kann doch nicht wahr sein. Ach, so im Allgemeinen-Shit. Ja, wo denn sonst? Kampflok? So, ne. Ne, im Kampflok. Ne, das tue ich gerade nicht. Das ist belastend. Da ist niemand hier, Alter. Niemand hier. Was ist los mit dir? Niemand hier, Alter. What the fuck? Es wird... Was geht ab mit dem Hund? Ja, Peter geht gerade ein bisschen komische Wege. Was geht los da, Mann? Ja, ich will unpredictable moven, Junge. Was geht los, der Hund? Alter, das wäre super witzig, wenn sich Jay hier einfach als nackte Frau zwischengeschummelt hätte. Was? Wer würde denn sowas tun? Ja, aber hier bist du nicht bei. Guck mal, ich sehe dich wieder. Guck mal, da ist das Cousin-Christ. Da läuft wieder die schöne Haare rum. Du kannst so unpredictable sein, wie du willst. Ja, lauf, dreh dich halt wieder um. Jetzt geh doch in das Haus rein, Peter. Ja, genau, da bin ich nicht drin. Peter, wir sehen dich doch. Da bin ich nicht drin. Wo ist eigentlich Versteckerus, der alte Gaffer? Der guckt mich wahrscheinlich wieder an. Geiert. Ne, der hat jetzt die andere gefunden. Versteckerus, dem habe ich vorhin geschrieben, dass er mich spalten soll. Wollte er aber nicht. Ich weiß, wo du bist. Ja. Ach so. Warum, Peter hat mich anders gefühlt? Ich sehe dich auch. Ich bin sehr romantisch heute hier. Ich zeige jetzt auf dich. Das ist aber schön. Oh, das ist aber ein Tipp für Peter. Das sieht man nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo Bram bin. Da ist er wieder, die schöne Haare. Du hast die Haare schön. Schon nicht schlecht. Du hast die Haare schön. Frau Schöne Haare. Ich bin ein taubes Nüsschen. Das hat sich dann endlich revealed. Peter hört gerne Schlager. Konfektionsgeschäft Larsson. Ja, da war ich vorhin auch drin. Ah. Okay. Aber da kannst du dann ja nicht drin sein. Unverzichtbare Komponenten. Den sehe ich, den Laden. Ah, guck mal. Ich habe endlich hier was. Läufst du eigentlich noch rum oder stehst du einfach nur irgendwo? Wenn du mich sehen würdest, würdest du es nicht mehr sehen. Weder noch. Er ist einfach nicht mehr da. Nee, aber was du gerade gesagt hast, ist beides falsch. Heute ist übrigens hier, was kommt der denn aktuell? Heute ist aktuell hier Liebe liegt im Mond. Das ist doch geil. Unverzichtbare Komponenten. Das ist ein schöner Laden, Peter. Das ist eins der Sachen, die habe ich, glaube ich, noch nie gemacht für den Drachen. Mir fehlen noch zwei Events. Ich glaube, das Winter-Event. Peter, nicht im Magier-Turm hoch. Da ist ganz kalt. Da ist keiner rein, ey. Der ist laut nicht so gut versteckt. Wie ich. Nee, bin ich auch nicht. Aber irgendwie, Peter, bin ich trotzdem... Also, der kommt auch nicht bis hier. Der ist die ganze Zeit nur im Magier-Turm. Niemand hier weiß auch wieder überhaupt nicht, wo die Weg finden muss. Ja, wenn du irgendwo runter springst, dann ist der ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen ist gut. Na, Peter? Siehst du, also... Nope. Ja, weil das geile ist, man kann die Kamera halt in alle Richtungen drehen, ohne dass sich die Figur bewegt, wa? Ist denn die schöne Haare jetzt? Der steht genau neben mir. Ja, ich sehe aber dich nicht. Ich sehe nur gerade den Husan, Chris. Also für dich zu dem, ich stehe oben am Eingang des Magier-Turms. Du bist ganz oben auf der Rampe. Alter, du bist gefunden, Bram. Wie wert, wenn du mich nicht verrätst? Da ist Verstecker, Russ. Ich sehe Verstecker, Russ. Stimmt, ja. Neben dir steht Mönchie-Burm. Mönchie-Burm. Boah, der hat gerade einen riesen Drache, Junge. Naja, ein riesiger. Ein riesiger Drache. Ein riesiger Drache. Leider. Christian hat eine riesige Knochenspinne bei sich. Der trägt einen richtig geilen Tanga, Junge, aus Leder. Aber richtig geilen, den siehst du nicht. Den sehe ich? Klar, den sehe ich den Tanga. Ja, okay, du siehst aber nicht das Wichtige. Ja, Spock, das siehst du nicht. Nee, das Wichtige sehe ich nicht. Sie hat nur den... Ja, die Seite des Tangas siehst du. Bitte was? Wait, what? Wie, wie, bitte was? Bitte was? Du siehst den ganzen Tanga. Bei mir. Never. Ach so, bei dir. Ja, ohne Scheiß hier. Nein, nicht bei dir. Moment, bei dir sehe ich... Ähm... Nee, da kann ich nur die... Du hast Arktos, Christian. Ja, Mann. Ich kann nur die Beine sehen von dir. Hast du hier Mini-Ragnaros? Oh, das könnte übel werden. Nee, doch nicht. Alles gut. Peter, du wärst aber fast gestorben. Ich glaube nicht. Oh mein Gott, du sitzt hier. Ah, wie lange das gedauert hat. Oh, ich bin schick. Weil bist du hier aus dem Rausgelaufen zu blauen Eremiten hier mit den anderen Jungs. Ey, das haben wir voll vorbeigelaufen, während ich dann außer sich rechts klicke. Oder ne, ich hab mich außer sich bewegt. Plötzlich bin ich hier so rumgesprungen und dann hab ich Panik geschoben. Ja, Peter. Jetzt muss ich auch mal nach weg bewegen, wo du die ganze Zeit bist. Ey, das kann doch keine Ahnung. Alter, wie lange ihr hier gesucht habt. Ja, aber ihr habt dich gefunden. Immerhin. Nein, das ist doch schon mal was. Wir haben drei Leute gefunden. Das ist so viel wie Christian. Freibier für alle bei mir. Oh, Christian sieht beschwipst aus. Ich dödel mir jetzt richtig einen rein. Jetzt muss ich ja wieder zurückkommen. Nee, Christian sehe ich nicht. Nee, nee, Peter. Leul, ich auch. Den sehe ich nicht. Warum ist man denn schwarz in der WoW, wenn man sich besoffen hat? Ist das hier... Das will ich auch sein. Geil. Ich bin da nicht in der Nähe, Peter. Alter Junge, geheimnisvolles Fass. Richtig, richtig einziehen. Schokoladenstückchen bin ich gebraut. Kann man so viel trinken, bis man kotzt? Ich glaube schon. Peter, du geist. Warum hat man sich hier nicht drin versteckt? Scheiße, der hättest du dich ja nie gesehen. Das ist ja auch ein geheimnisvolles Fass. Okay, ich bin sternhagelvoll. Ich laufe, ist das schon so. Nein, Peter, hast du eigentlich mal einen Brunnen nachgeguckt? Ich weiß nicht, wo gibt es denn hier einen Brunnen? Oben links im Magierviertel. Da stehst du doch vor. Wieso kann ich nichts mehr trinken? Das ist ein Scheiß. Da kann man nicht rein. Da kann man nicht rein. Da kann man nicht rein. Da habe ich auch schon ausprobiert. Setz mich jetzt einfach wieder auf deine Stühle, Jay. Peter, finde. Ja, setz ich mir auf meine Stühle, Alter. Lululul. Peter, wie lange hast du noch? Ich habe noch drei Minuten ungefähr. Drei Minuten dreißig. Vielleicht schaffst du das ja noch. Hast du auch auf den Laternen geguckt? Ja, teils. Teils. Komm, Junge. Okay, what the fuck. Was ist das hier für ein Magic-Shit, Junge? Kann man hier hin? Ja, kann man hin. Ja, da war ich doch letztes Mal, Peter. Ja, da ist das Loch, wo ich reingefallen bin. In der Spielzeugkiste. Du warst da drin, Seth. Du warst zwischen den Kisten. Ja, ich sehe das nicht ganz so, wo du da bist, Peter. Okay, das siehst du nicht so. Warte mal, der Kraft-Buhn-Flitzer. Wieso siehst du das nicht so? Genau. Aber vielleicht sehe ich auch gar nichts. Vielleicht gess ich einfach nur ziemlich hart. Nee, ja, vielleicht. Dann ist auch okay. Du musst gerne mal gucken, wo Peter und Peter Sachs ist. Peter Sachs war schon gefunden, ne? Ja. Ja. Ist nur noch Sepp. Alter, der Kraft-Buhn-Flitzer ist voll langsam. Oh ja. Wo ist die schöne Haare hin? Schöne Haare ist irgendwo reingelaufen. Ist der jetzt in dem Braukeller drin, in dem Verbotenen? Glaub ich schon. Wait, hier ist der Verbotene Braukeller? Hier ist der Verbotene zum geschlachteten Lamm. Ja, da bin ich noch nicht reingelaufen. Also ich bin noch nicht in den Keller gelaufen. Das ist der Verbotene. Da war ich auch erst drin. In dem Brauhaus? Das ist ja mal. Dann wurde mir gesagt, dass man da nicht rein soll. Hier ist wieder außen, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Hier ist Stormwind, aber whatever. Alter, Peter, spring mal. Ne, lass mal sein. Oh, Peter Sachs wird wieder nüchtern. Hier ist er! Oh nein! Oh Mann, ich habe mich so gut als Kiste vergetarnt, ey. Oh Mann! Alle gefunden! Hurra! That's it. Ja, 1344 auf der Uhr. Ich hätte mich auch so verstecken können. War knapp. Na lol, als Goblin, ja. In so einem Bus sieht man dich aber gar nicht. Alter, das hätte ich nicht gecheckt. Wieso kannst du ein Goblin sein, Alter? What the fuck? Ja, der hat doch seinen Account. Der hat so die ganze Spielzeug. Ach so. Der hat so eine Account übergreifend. Ah, okay. Ja, okay. Das war Verstecken in WoW. Nee, war witzig. Also ich fand's witzig. Es ist sogar erstaunlich schwierig. Ja, es ist super schwierig, aber ich finde es trotzdem mega lustig. Und ich hoffe, dass ihr da ebenso, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist die Welt zu klein ist für weitere Folgen. Ja, stimmt. Nächsten 2000 Folgen. Oh, warte mal. Hier alleine haben wir schon 8 Viertel noch. Okay, besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. Ciao.